Servus Kameraden, willkommen zurück zu WUT live. Ich bin Keule und wir werden uns heute mal den deutschen Stufe 7 Heavy Tiger zur Brust nehmen. Eine absolute Legende aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld von WUT. Ist ein bisschen zu schwach präsentiert, finde ich. Müsste etwas stärker sein, aber es handelt sich hierbei um ein russisches Spiel. Und da ist der Panzer vielleicht nicht in dem Maße so vertreten, wie es eigentlich sein müsste. Meiner Meinung nach ist das ein bisschen zu wenig. Ich würde sagen, wir werden den mal zwei, drei Runden ins Gefecht führen. Wir werden mal schauen, ob er sich noch auf Stufe 7 behaupten kann, eventuell auch gegen 8er. Das ist schwere Panzer gegen Stufe 9 Panzer. Also zwei Stufen Unterschied, das schwierig haben. Das dürfte, glaube ich, hinlänglich bekannt sein. Wir werden mal gucken, was mit dem so läuft. Und wo so die Schwächen und die Stärken beim Fahrzeug insgesamt liegen. Und würde ich sagen, sehen wir uns gleich im Gefecht. Bis gleich. Und da sind wir auch schon. Wir landen in einem 7er-Gefecht mit 6.5 Unterstützung. Wir sind auf Erlenberg gelandet. Haben als Gegenüber einen Karo P88. Der ist recht stark, möchte ich nicht sagen, aber er ist auf jeden Fall ganz gut dabei. Dann gucken, ob wir uns hier gegen KV-1 und T-1 Heavy wehren können, wenn wir die als schwere Panzer in der Stadt treffen sollten. Und zweimal Artie pro Seite. Das, ja, werden wir schauen, wie wir gegen die aussehen. Typisch für den Tiger-Panzer. Er hat eine recht genaue Kanone für den Heavy auf jeden Fall. Er hat eine sehr gute Sichtweite für den Heavy. Er hat eine, ja, recht vernünftige DPM. Dürfte so bei 2620, glaube ich, liegen, wie ich den aktuell ausgerüstet habe. Und er hat, ja, die typische 8er obendrauf mit 203 mm Durchschlag auf Standgebeutzung. Auf Premium, glaube ich, 237, wenn mich hier alles täuscht. 237 zu 203, hier wurde genau. So, wir gucken, ob wir uns hier gleich mit den richtigen Panzern anlegen müssen, dürfen. Je nachdem, wie man das da sieht. Geben wir ihm mal zumindest einen kritischen Treffer mit. Nachladezeit ist hervorragend, gibt es nichts zu meckern. Da oben ist die Schwachstelle beim T1 Heavy. Der ist natürlich völlig überfordert. Brauchen wir uns nichts vormachen. Geben wir ihm erstmal eine mit. Da nochmal eine drauf. Zumindest im kritischen Treffer haben wir gelandet. Da nochmal blind einen reinhauen. Ja, da fahren wir nicht nochmal raus. Scheint zumindest zu wissen, wo er hinschießen muss. Der scheint nicht zu wissen, wo er hinfahren soll. Okay, nochmal ist gerade nicht getroffen. Geben eben noch eine mit. Ich denke mal, dass das gleich Feierabends ist für den jungen Freund da drüben. Richtig Lust hat er nicht mehr. Normalerweise positioniert sich die Artteller immer so, dass er ihn dann hier beschießen kann. Also jetzt hinter, zwischen dem Einser und dem Fury, was gerade auf der Karte zu sehen ist. Okay, da ist die Artteller auch schon gewesen. Das heißt, wir werden uns hier ein bisschen zurückziehen und aus der Schusslinie raus. Einfach mal, weil es besser ist. Unsere eigene Arttellerie hat sich ebenfalls recht gut positioniert da. Wie gesagt, gegen zwei Arttis fahren mit einem schweren Panzer ist nicht so lustig. Schauen wir mal, ob wir hier rüberkommen. Jawohl, das war der Killshot. Kommen wir hier wieder raus? Kommen wir nicht. Wir werden wahrscheinlich gleich von hinten zerlegt, wenn wir hier nicht aufpassen. Deswegen fahren wir hier direkt nach vorn. Mal gucken mal, ob wir gegen den Karo was machen können. Kommen wir jetzt mal da den Kill, als allererstes. Ich hoffe, dass wir von der Seite nicht beschossen werden. Karo ist draußen. Also Karo ist zu sehen, sagen wir es mal so. Wir werden null Rückdeckung. Das muss man ja leider mit dazu sagen. Karo offen. Im Proxyspot bin ich ja aufgegangen. Arttellerie schießt daneben. Zwei recht gute Treffer, würde ich sagen. Gucken wir nochmal, ob wir hier im Proxyspot den aufmachen können. Sieht so süß aus. 143 HP hat er noch. Das heißt, der wäre für uns One-Shot. Wollen wir uns das riskieren? Ich glaube, 1230 Schaden aktuell gemacht. Auf 80 HP ist er runtergeschossen. Ich denke mal, dass die Arttellerie gleich den Rest erledigen wird. Und wir da keinen richtigen, zumindest keinen richtig guten Schuss mehr drauf kriegen. Da ist er. Der böse Feind. Da war er auch. Ich würde sagen, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Denn da auf der rechten Seite könnte man natürlich hervorragend geschossen werden. Und wir werden uns ja auch, denke ich mal, eher umdrehen. Und in Richtung Heimatland uns fortschüssen. Oder hier drüben auf den Chino schießen. Das wäre natürlich auch mal interessant. Ob wir aus da rausgehen. Und in Richtung Heimatland uns fortschüssen. Hat er was für dich. Treffer zum Beispiel. Der Gegner muss eigentlich nur verteidigen. Sonst nichts weitermachen. Geben wir hier nochmal einen drauf. AT2 offen. Auf der linken Seite. Oder einen Schuss drauf. Und die Kette ja. Zu lang gewartet. Ich habe ihn lieber gelassen. Da nochmal einen drauf. Also in Punktepanzerung gibt es hier deutliche Abstriche. Da ist er einfach zu schwach. Das ist leider so. Ja. Können wir nicht besonders viel machen. Zumal, ja. Wie soll man sagen. Mit zwei Stufenunterschied. Oder mit, sagen wir mal, Kameraden. Mit zwei Stufenunterschied hier auskommen müssen. Wird es ein bisschen schwierig. In der Stadt zu bestehen. Drei Kills haben wir geholt. Wir haben über, wie viel Schaden haben wir gemacht? 2000. 2003. 53 Schaden gemacht. 240 Schaden geblockt. Und 60 Schaden aufgeklärt. In puncto Block Schaden. Ist es halt nicht der typische Tiger, den man vielleicht kennt. Irgendwo müssen wir ja Abstriche machen. Der Panzer ist ansonsten eigentlich recht gut. Aber. Im Vergleich zu dem originalen Tiger. Der natürlich deutlich besser gepanzert war. gab es natürlich dann das große Manko, dass der Panzer Punkt der Zuverlässigkeit nicht unbedingt gesegnet war. Also Kanone hat super funktioniert. Aber Getriebe ist gern mal ausgefallen. Motor, Maschine, irgendwas in der Richtung. Ist gern mal ausgefallen. Und dementsprechend ist der Panzer ziemlich oft liegen geblieben. War zu kompliziert das Ganze. Dementsprechend hat der Panzer Ja, ungefähr, zumindestens ungefähr, den Status, den er haben sollte. Drei war. Nicht aufgegangen. Wundert mich. Da rechts ist ja der M10R BFM. Da wird noch einer rausgenommen. Bleibt doch da stehen. Wunderbar. Beide Artis raus. Ich würde sagen, dann werden wir recht schnell abgeben, das Gefecht. Da schießt noch mal ein Arti geschützt aus dem Gegnerteam. Also entweder lässt der Gegner sich hier auslaufen. Durch Cap werden wir hier ganz sicher nicht gewinnen. Sondern eher durch Zeit ablaufen lassen. Oder wir verlieren doch. Durch Panzerverlust. Generell natürlich auch. Also auf jeden Fall ging das Nashorn ein bisschen zu lange gewartet draußen. Ich hatte die gute Nachleihzeit vom Nashorn nicht auf dem Schirm. Deswegen habe ich mich da ein bisschen schlecht angestellt. Erster Panther M10. Schießt auch super rein. Hat eine sehr gute DPM. Sieht man gerade eben wieder. Ich hätte jetzt eigentlich genug Geld, um den mir direkt zu holen. Aber ich warte lieber noch ein bisschen. Also, drei Kills haben wir geholt. 2353 Schaden. 240 Schaden nur geblockt. Das ist nicht viel. Und 60 Schaden haben wir aufgeklärt. Natürlich eine Niederlage. War nicht anders zu erwarten. Gucken wir mal, was es dafür gibt. Vorsohlen sind die 1000 Schadenspunkte. Es gibt ein bisschen was oben drauf hier. Das Ganze ist ein 2er. 644 Basics-B. 31.000 haben wir plus. Natürlich gibt es dieses extra Gold, was ich mir da geangelt habe. Und wir sind mit Abstand auf Platz 1. Brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich hätte ich da mehr machen können. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, dürfte klar sein, dass wenn der Nächste mit 363 Basics-Peter herkommt, dass es wirklich nicht nur an mir gelegen ist. Ich würde sagen, wir fahren noch eine zweite Runde mit dem Tiger und gucken mal, ob er sich vielleicht nur gegen 7er oder vielleicht gegen 8er behaupten kann. Dann müssen wir den nämlich wirklich aus der zweiten Reihe spielen. Bis gleich. So, dann sind wir in der zweiten Runde. Wir fahren gegen 7er und 6er. Also keine Stufe 5-Panzer dabei. Diesmal sind es zwei Artilleries. Was für eine Überraschung. Zwei Aufklärer und 1, 2, 3, 4 TDs. Der Rest ist Medium und Heavy. Gut. Als schwere Panzer ein KV-3 im Gegnerteam. Ein Churchill-7 und ein KV-2. Okay, kann man mal machen. Mal schauen, ob wir hier was hinbekommen. Wir werden uns hier gleich drehen und ab in die Stadt fahren. Auch wenn wir jetzt nicht unbedingt der überragende Stadtpanzer sind. Weil uns halt einfach mal die Panzerung fehlt. Wenn wir trotzdem versuchen, unser Fahrzeug im Spiel zu lassen, so lange wie möglich. So, dann. Type 64 als Aufklärer im eigenen Team. Der Gegner hat einen Super-Käfi und einen T-37. Vielleicht gehen wir hier mit unserer genauen Kanone den ersten Schuss hin. Immer eine schlechte Idee, hier stehen zu bleiben. Okay, beide Artillerie sind da recht gut verankert. Super-Käfi hat mir aufgemacht. Kommt zur Rettung. Ja, kommt zur Rettung. Vielen Dank. Gegnerische T-34-85. Du wirst da schon mal wissen. Bisschen zu aktiv, finde ich. Das können wir gleich mal unterwenden. Hier direkt hinterher zu fahren ist vielleicht nicht die beste Idee. Sobald ich was kaputt fahre, weiß die Art, die wo ich bin, wenn sie falsch zielt, wovon ich als Allersteres mal ausgehe, gibt es direkt einen Treffer. Ich gebe zumindest mal einen kritischen Treffer ab. Ich gebe mal ihm noch einer mit. Ziehe dich zurück, Digga. Hier noch einen drauf. Das ist unglaublich, wie schlecht der eigentlich gepanzert ist. Da noch mal einen drauf. 270 Schaden. Kanonen kann sich wirklich... Also gibt es absolut nichts zu meckern an der. Das ist hervorragend. Nur halt ein Punkt der Panzerung. Muss man mehr verlangen. Einen Panzer, der eigentlich, ja, bekannt ist für seine Panzerung. Oder bekannt war seine Panzerung. Sobald er ist. Okay, wir werden hier mal drum rumfahren. Einfach mal Spaß machen. Uh, 185. Das hat wehgetan. Da ist die Artie. Ist natürlich sofort dabei. Wo sonst? Da kriegen wir tatsächlich einen Schuss drauf. Also ist das denn für ein Unsinn. Da war nichts. Ich muss mich ein bisschen zurückziehen, Leute. Es tut mir leid. Ich will hier nicht feige sein, aber es macht mir irgendwie so richtig keinen Spaß. Von allen Seiten wird ein bisschen Druck gemacht. Aber ich muss da Artie aus dem Weg gehen. So, die sind wir hier runter. Wir müssen eigentlich hier ordentlich Druck machen. Nochmal ab in die Artillerie. Da gibt's nochmal einen Schuss drauf. Dann nochmal einen drauf. Und beziehen es zurück. Bevor die Art hier nochmal schießen kann. Nichts mehr sonst so gut, glaube ich. So kommt er eigentlich auf meine Richtung. Das ist für mich schon ein bisschen extrem mutig. Also 5 zu 1 sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Drum rumfahren wäre auf jeden Fall eine Option, würde ich sagen. Ja, Kette getroffen natürlich nur. Ah ne, doch, wir haben Schaden gemacht. Okay. Kann man mal so lassen. Und wir werden den ganzen jetzt hier umrunden und uns dann den Sieg durch Cap holen. So, da sind 200 Schaden nochmal. Wie heißt das so schön? Der Sieg liebt die Vielfalt. Ne, die Sorgfalt. Wenn ihr euch nicht traut, dann fahrt weg. Will sich jemand unbedingt den ersten Schuss fangen? Ich hole mir dafür dann einen Kill. Kaufer 3 auf der rechten Seite. Und ich hole mir den nächsten Kill. Okay, zwei Arti sind noch am Leben. Da muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht gleich wieder beschossen werde. Irgendwo ist noch ein dicker Max. Arti ist daneben. Ist doch die... Ne, weiß nicht, wer das war. Keine Ahnung, wer ist da? Super-Hack hier drüben. Ja, super-Hack hier da drüben. Über 3000 Schaden gemacht. Bis dahin. Sehen wir die? Ne, sehen wir nicht. Doch, die sehen wir. Wahnsinn! Das ist eine Heavy-Kanone, Leute. Das ist eine Heavy-Kanone auf die Entfernung. Extrem stark. Also 15 zu 5. Ziemlich eindeutige Angelegenheit. Brauchen wir nicht drüber reden. 3.360 Schaden verabreicht. 150 Schaden geblockt. Wieder nur 150 Schaden geblockt. Es wurde ja nicht viel mehr auf mich geschossen, aber es ist leider so, dass die Behandlung zu viel in meiner Meinung nach durchlässt. Punkt und aus. Meine Meinung. Auf jeden Fall ein geiles Gerät nach wie vor, wenn man gleichstufig oder gegen untere spielt oder niedrigstufigere spielt. Viele Gefechte habe ich noch nicht drauf. Man sieht es gerade. Meine erste Gunmark, oder? Ne, meine zweite. Entschuldigung. Die zweite Gunmark auf dem guten Stück hier. Wenden wir gleich mal an. Das Ganze. 152.000 nehmen wir ein. Das sind einige Aufgaben gut geflogen. Und wir haben 143.000 am Ende netto auf dem Konto. 80.000 extra Auszahlung. Okay, brauchen wir nicht drüber reden. Ist gut gelaufen. 15 Schüsse abgefeuert. 13 getroffen. 12 durchschlagen. 1,42 Kilometer gefahren. In fünfeinhalb Minuten. Recht kurzes Gefecht. Ich hoffe, dass ich noch ein Gefecht präsentieren kann, wo es gegen 8er geht. Wenn nicht, ist es gegen 8er. Um mal zu schauen, nicht was er panserungsmäßig noch weniger kann, sondern was die Kanone vielleicht durchschlagen könnte. Meine Wertung bis dahin ist eine 11.092er. Damit ihr mal wisst, wenn man den mittelmäßig oder halbwegs gut spielt, was es für eine Wertung gibt. Und die ist schon mal gar nicht so übel, finde ich. Finde ich. Oder? Ein Sieg. 5 Gegner selber zerstört. Kann man mal so machen. Kann man mal so machen. Ich würde sagen, ein 2er Gefecht. Ich hoffe, dass ich gegen 8er rankomme. Und da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Also, ich kriege gegen 7er, gegen 8er nichts Vernünftiges zustande. Deswegen werden wir noch eine Runde gegen 7er und 6er drehen. Und mal schauen, was wir hier auf die Kette bekommen. Jetzt haben wir im eigenen Team die S und meine 1er. Da haben wir in Uni. Haben da einen schweren Panzer auf Stufe 7. Das ist nicht unbedingt ein Nachteil, würde ich sagen. Nicht auf der Karte zumindest. Wir rücken gleich mal hier direkt nach vorn. Einfach mal, weil sich das empfiehlt. Ein Jagdplaner. Eine Su-100 M1 und eine Su-152. Kann man auf jeden Fall anbieten. Starke Kanonen. Alle drei extrem gefährlich. Der Leo auch. Der Uni ebenfalls gefährlich. Eigentlich muss ich mich vor jedem Panzer da in die Hose machen. Im Punkt der Realismus ist es natürlich extrem weit weg. Es soll ja auch keine Panzersimulation sein, sondern ein Akkadespiel. Oder Panzerkarte, wenn man das so nennen möchte. Fertig. Nichts anderes. Hat nicht den Anspruch einer Simulation. Ansonsten müsste man 5 Leuten diesen Panzer spielen. Einer funkt. Einer lebt nach. Einer richt schützt. Einer kommandiert. Einer fährt. Einer schützt. Ich habe einen Rechtsgleichbeschuss, wenn ich nicht aufpasse. Wollen wir es auch mal mit dem Jagdpander, würde ich sagen. Jetzt rausfahren. Wir sind erstmal nicht aufgeklärt. Wundert mich ja wenig. Ich muss es einfach riskieren. Es geht nicht anders. Ich bin total scharf drauf hier, so wie es aussieht. Ich nehme mal zumindest eine in die Kette. Abgeprallt. T34. Noch einen. Noch einen überlebt man nicht. Der war aber auch ein bisschen zentraler gesetzt. Also am Turm kann man schon mal abprallen. Mit dem Jungfreund. Vielleicht könnte er mich vorlassen oder so. Ich habe hier jetzt irgendwie so einen der stärksten Kanonen. Hier fehlt allerdings die Gantelböschen. Boah. Gehen die alle hin? Ey, wir machen mal Premium rein. So, das ist das Ganze ein bisschen sicherer. Autorisch ist daneben. Da nochmal einen Schuss anbringen. Einmal nach Premium, dann kommen wir mit Standard-Mulz dann wieder aus. Hey, nee, das ist unfair. Da nochmal einen drauf. Ich denke mal, wo wird die Kette getroffen? Nee, habe ich nicht. Ich habe sonst natürlich ja nochmal einen Unterstützungsschaden bekommen. Teoretisch müssen wir uns jetzt hier so nah wie möglich an den Gleisen orientieren. Um nach vorn zu rücken. Aber wir wollen noch ein bisschen Schaden machen. Ich will noch ein bisschen das zeigen vom Panzerchen. Da Richtung Kette auf jeden Fall geschossen. Wäre sonst mein Treffer gewesen. Den hätte ich hundertprozentig erwischt. Also 1865 Schaden. Wir werden drüber fahren, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Fahren wir da hinten runter und krallen uns die Arti. M12 ist nicht besonders schnell. M44 auch nicht. Ja, müsste eigentlich gehen. Fahren wir mal in Richtung Kirchkern. Spucker da aus der zweiten Reihe. Dürfen wir gleich holen, wir haben einen Graubel. Irgendwann nichts ab, wenn der. Da sind andere schneller. Unter anderem die Arti ist da schneller. Kommt aber hier dem Setter nicht aus dem Weg. Und ich denke auch dem Krommel nicht aus dem Weg. Das war nix. Oh, wir fahren gleich hier über die freie Fläche. Direkt nach vorn. Zweiter Arti da. M12. Kein langes Leben mehr. Das war ein 100 M1. Das war diesen jungen Freund. Immer so schnell wäre, wäre alles super. Ist er aber nicht. Absolut nicht. Und was ist denn da noch? Drückt schön nach vorn. So, alles reparieren. Alles hübsch machen. Wieder so ein typisches 15 zu 3, 15 zu 4 Gefecht. Bitte stell dich nicht mir vor die Nase. Digga. Ich kann hier nicht bremsen. Tut mir leid. Ich kann nicht und ich will nicht. So, wo ist denn der Leo? Noch rechts irgendwo? Ich glaube nicht. So, Genauigkeit. Gucken wir mal. Braucht halt ein bisschen Zeit zum Einzählen. Wäre auch drüber gegangen. Schade. Und der Leo hat sich hier wahrscheinlich ein bisschen zurückgezogen. Ne, ist da links. Also, keine Chance für mich hier noch an ein paar HP zu kommen. 2000 sind es insgesamt genau geworden. Gegen Achter habe ich heute extrem schlecht ausgesehen. Deswegen gibt es da von mir nichts präsentiert. Das muss halt ohne funktionieren. Komm unten raus, komm. Ne, keine Chance. Keine Chance. Also, 3 Kills geholt. 2000 Schaden gemacht. 346 Schaden haben wir aufgeklärt. Und wir haben nichts geblockt. Und ein bisschen mehr Kampfkraft hätte ich gern noch gezeigt. Bisschen was mehr präsentiert vom lieben Tigerchen. Im Großen und Ganzen ist es ein Panzer, der es hier viel Spaß macht, wenn man nicht aus der ersten Reihe fährt. Wie man es eigentlich denken könnte, wenn man hört, oh, ein Tiger kommt angekrochen. Wir müssten aus der zweiten Reihe spielen. Teilweise sogar gegen Siebener. Das finde ich ein bisschen schwach. Teilweise sogar gegen Sechser, was ich extrem schwach finde. Aber es hilft halt nichts. Kann man nichts machen. Trotzdem bleibt, dass es einfach eine richtig feine Kiste ist. Und ihr mit dem richtig coole Runden drehen könnt. Was besonders auffällt, die Wertung. Könnt ihr mit dem richtig schön nach oben schrauben, wenn ihr den halbwegs im Griff habt. Denn ich habe mit dem eine 9104er Wertung. Gegenüber von 5800 oder so, was ich normalerweise habe. Und das mit eher durchschnittlichen Gefechten. Meiner Meinung nach durchschnittlichen Gefechten. Denn ich habe zwei Siege geholt aus sechs Gefechten. Das ist so gut wie nichts. Das ist schwach. Meine Winrate normalerweise dürfte bei 51 liegen. 51,7. Ja, 5778er Wertung habe ich normalerweise. Jo. Das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ein bisschen ein kleines Licht auf den lieben Tiger gerichtet. Ihr könnt mir gerne dazu schreiben, wer denn gern in der Garage hat. Und wer gern mit dem umher fährt. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Leute draufklicken. Like da lassen. Und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich da freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für eure Keule. Macht's gut. Und ciao.